Die Kursrallye geht weiter! Der Markt kennt kein Halten. Wie schön ist das denn? Wird sich der ein oder andere zumindest mal denken, der schon long positioniert ist. Wer es bisher verpasst hat und gar nirgends long ist, muss ja nicht immer im Index sein, aber zumindest mal irgendwo wäre man ja dann ganz gerne schon mal long. Wer es bisher verpasst hat, der sehnt sich natürlich danach, dass der Kurs endlich mal ein bisschen runterkommt, ein bisschen für Entspannung sorgt und dann wieder für Einstiegskurse. Ja, danach sieht es im Moment nicht aus, zumindest mal nicht, dass der Kurs das wahr machen will. Ihr seht, meine grobe Zeichnung hier beim DAX im 4-Stunden-Chart, die ist natürlich nach wie vor gültig. Das heißt, ein Rücksetzer hier runter, das wäre das, was man sich ersehen würde, wenn man Einstiege sucht, also wenn der Kurs mal so runter käme oder alternativ irgendwie anders mit vielen Kursüberschneidungen, dann wären das eigentlich beste Voraussetzungen, um zu sehen, ja okay, abwärts ist nicht stark, es geht ein bisschen runter, aber richtig Bock hat keiner auf die Short-Seite. Das sind gute Zeichen für die bullische Seite. Im Kleinen sieht man das aktuell immer noch so und deshalb ist das Bild auch sehr positiv geprägt, denn wenn ihr hier im 15-Minuten-Chart euch das mal anguckt, hier zum Beispiel das und guckt euch das an, das ist eben dieses Wackelige, was ich sage, wenn der Kurs halt schon nach unten geht, ist ja nun mal eine Abwärtsbewegung, aber diese Gegenbewegungen in dieser Abwärtsbewegung sich dauernd überschneiden, dann ist das eher ein Zeichen, ja wollen wir nicht so richtig. Also deshalb merkt euch das, wenn der Kurs sich in etwa in dieser Art verhält, so abwärts läuft, ist das kein Zeichen, um massiv auf die Short-Seite zu wechseln. Mit massiv ist es sowieso so eine Sache, denn ein Rücksetzer in die Zone, ich deute sie nochmal an, wir haben letzte Woche intensiv drüber gesprochen, 13.300, ja zur Not auch 50, aber etwas über 300 bis runter auch 12.900 oder knapp noch darunter. Das wären alles noch Bereiche, wo man eine normale Korrektur verorten würde. Das heißt, selbst ein Rücksetzer in diese Zone wäre jetzt überhaupt kein Drama, solange es nicht wie ein Stein senkrecht runterfällt. Das ist dann natürlich nicht optimal, wenn es wackelig kommt, hervorragend geeignet. Gucken wir mal, was die Amerikaner machen. Da hatte ich hier mal angedacht, guck mal, da ist noch eine alte Unterstützungszone, so letztes Zwischentief. Das wäre auch für die Trendkanalfreunde, wäre das ja eigentlich eine Geschichte. Aber die Marktteilnehmer haben nicht mal Bock da drauf gehabt, obwohl sie das hätten machen können und keiner hätte nachher geschimpft, alle hätten gesagt, wieso, Rücksetzer bis auf Unterstützung und wieder hoch. Daran sieht man, wie viel Druck noch da ist, wie viel Kaufdruck noch da ist. Man sagt sich, oh Gott, oh Gott, am Ende dreht er vorher, ich steige früher schon mal ein. Also, alle Anzeichen stehen noch auf Bullish. Ihr seht, dass diese Abwärtsbewegung, ihr seht das hier, auch dreiwellig grundsätzlich den Eindruck, naja, nicht wirklich, aber immerhin das hier ist wieder ein Dreiweller gewesen. Starker Anstieg, Dreiweller und wieder die Fortsetzung nach oben. Wie lang geht das jetzt noch so weiter? Das ist eine Frage, die man nicht gut beantworten kann. Aber solange die Rücksetzer korrektiver Natur sind, dreiwelliger Natur, Kursüberschneidung haben, kann man eigentlich guten Gewissen sagen, na, versuchen könnte man es durchaus mal. Also achtet drauf, wenn hier in fünf Minuten schade, ich mache es mal groß, damit ihr das gut sehen könnt. Wenn ihr Bewegungen habt, die Gegenbewegungen haben, wie hier und da und diese auch noch überschneiden, das heißt, dieses Tief und dieses Hoch eine kurze Überlappung haben. Ich habe es jetzt bewusst so gemalt, dass man es gut sehen kann. Ihr könnt es aber auch immer wieder querchecken, indem ihr hier einfach mal so eine Linie malt und wenn ihr seht, ah, guck mal, da ist er drüber, dann ist das etwas, was überschneidend ist. Dann ist das, was nicht die Haupttrendrichtung ist, sondern die Gegentrendrichtung. Wenn doch vorher steil nach oben, dass die Gegentrendrichtung ist, na ja, dann wohl nachher eher wieder ein gutes Stück nach oben. Also ihr seht, so kann man sich zumindest auch, wer jetzt noch nicht drin ist oder wer sich jetzt noch Orientierung holen will im Markt, kann sagen, na ja, solange der Markt eben so schwachbrüstig nach unten unterwegs ist, ah, da muss man noch nicht wirklich auf die Short-Seite wechseln. Das würde für mich erster Fall sein, wenn wir mal einen starken Rücksetzer haben und zweiter guter Hinweis, es dann wackelig nach oben geht. Also gleiche Argumentation, was ich hier jetzt mehrmals gesagt habe, dreiwellig würde auch gehen. Dann wäre das ein Zeichen, dass wir zumindest ein gutes Stück erstmal nach unten gehen. Wie weit? Naja, solange der Markt halt so stark steigt, kann das alles nur kleine Rücksetzer, ich mache mal so eine Andeutung, so Rücksetzer dieser Art sein. Ich würde sogar vermuten, eine kleinere Stufe als die, denn so stark, wie wir im Moment unterwegs sind, sollten wir eher überlappungsfrei unterwegs sein. Deshalb merken wir uns mal eine Marke, es sollte kleiner sein als das. Nehmen wir mal an, dass von dem höchsten Punkt jetzt aktuell, dann wäre das, es sollte nicht mehr diese Marke erreichen. Also wenn wir schon einen Rücksetzer haben, dann idealerweise kleiner als die. Denn dann sind wir in einem Wellengrad kleiner als das und das ist ein gutes Zeichen. Wir haben ja auch dieses Zwischenhoch, auch das ist eine gewisse Unterstützung. Idealerweise sollte er also, wenn es eben geht, gar nicht mehr unter die 31.880 hier gehen. Also solange wir da drüber bleiben, ist die Welt selbst mit Rücksetzern erstmal in Ordnung. Das ist allerdings noch nicht ein Garaus, denn solange wir über der 31.300 da bleiben, sind wir mit der Korrektur kleiner, die hier wäre. Und wir wissen ja, es kann ja durchaus sein, dass wir hier so eine erste große Welle, eine zweite gleiche passende Größe Rücksetzer und dann die dritte haben und dann hier quasi eine interne 1, eine interne 2. Aber dafür müsste die natürlich kleiner sein als die. Je kleiner, desto besser. Also je ähnlicher die sind, desto eher die Frage, ist es vielleicht doch die vierte? Und das ist dann eher nicht so gut. Aber als erste grobe Richtmarken sind so diese Levels, die ich eben hier genannt habe, um zu zeigen, alles noch im Lot. Im Moment sieht es aber gar nicht danach aus. S&P hat auch eher, wenn ich mir das angucke, heute Nachmittag, fünf Minuten Schad, ich mache es mal groß, starken Anstieg. Und auch das bisher ist ja nicht so wirklich etwas, wo man sagt, oh ja, das ist wirklich Verkaufsdruck. Ne, würde man nicht so sagen. Also das sieht ja auch schon so halbwegs wieder korrektiv aus. Ich würde mich nicht wundern, wenn wir noch weiter nach oben steigen. Also die Abwärtsseite ist für mich nicht das vorrangige Bild. Und wenn wir uns auf den Nasdaq konzentrieren, auch da machen wir es noch mal im Groß. Hier der Nasdaq Future. Wunderschöner Anstieg. Und jetzt guckt mal, das ist eine Abwärtsbewegung, Gegenbewegung, Gegenbewegung. Von mir aus hier auch noch mal. Alle mit Überschneidung. Vielleicht ist er jetzt schon unterwegs. Da könnte man sogar solche Zwischenhochs hier als Einstiegs nehmen. Das war heute Mittag 16.30 in etwa bei 13.387. Das sind alles so ganz gute Indizien dafür, dass der Markt hier noch Platz und Raum offensichtlich nach oben hat. Die Marktteilnehmer also noch keinen Bock haben. Viele sagen, ja, aber im Chart zeigt sich doch nicht die fundamentale Situation. Ne, aber sie zeigt, wie die Marktteilnehmer mit der aktuellen Situation umgehen. Und da ist kein Druck nach unten zu sehen. Ich habe es eben aufgemalt, wie das aussehen würde. Wenn Druck nach unten ist, sähe es so aus. Zweitens so aus. Drittens, er würde das brechen. Hier hatten wir, gut nachrichtenbedingt, wissen wir, starke Abwärtsbewegung. Aber wir haben nie den Trigger nach unten gehabt. Also kein Grund hier auf die Shortseite zu wechseln. Im Gegenteil, starke Aufwärtsseite, eher wackelige Abwärtsseite, also Fortsetzung eher mal nach oben. Also ihr seht in etwa, worauf das hinausläuft. Das ist natürlich keine Garantie, dass es immer so läuft. Aber damit ist man tendenziell klar auf der besseren Seite. Und deshalb aus meiner Sicht ist das lohnenswert, das im Hinterkopf zu haben. So, jetzt sind wir mit dem Markt durch. Es gibt aber noch einen wichtigen Hinweis, den ich geben will. Ich habe in der letzten Zeit, die letzten Tage und auch schon in der letzten Woche eine ganze Reihe Hinweise und Anrufe bekommen, dass irgendjemand mit meinem Namen Leute anruft, also Personen anruft und dann sagt, hey Leute, ich mache euch reich. Ihr müsst ja nur investieren. Zahlt auf dieses oder jenes Konto ein und dann kommt da ganz viel Geld raus. Seid euch gewiss, ich würde nie jemanden unaufgefordert anrufen. Ich rufe mal zurück, wenn mich jemand anruft. Das kann ich natürlich tun. Aber dass ich aktiv jemanden anrufe, das kommt nicht vor. Ihr kennt meine Stimme, hört notfalls da noch mal drauf. Ist das meine Sprache auch, mit der ich spreche? Also nicht nur Deutsch, sondern ihr wüsst, ich bin eher einer lockeren Natur, was das angeht. Passt auf, wenn ihr irgendwelche komischen Angebote bekommt. Überweist nicht irgendwo so ungesehen einfach Geld hin. Ich habe mehrere Fälle gehabt, wo ich sagen musste, ich fürchte, das Geld ist weg und dann wurde man noch aufgefordert. Zahlt noch mal 2000, dann gibt es ganz viel Geld zurück. Das ist natürlich so klar eigentlich Scam, dass es schon wieder auffällig sein sollte. Trotz alledem, immer wieder hat man den Eindruck, wenn man dann schnell googelt, ja der hat was mit Börse zu tun, der macht das schon seit 30 Jahren. Der wird schon wissen, was er tut. Fallt darauf nicht rein. Seid da sehr, sehr vorsichtig. Ich würde das nicht tun, dass ich jemanden aktiv anrufe und im Zweifelsfall achte so ein bisschen auf meine Stimme, auf meine Art und Weise, wovon ich rede und lasst euch da nicht einlullen von irgendwelchen super, super Angeboten. So, das war es von den Märkten. Das war es noch mal mit dem Warnhinweis. Euch jetzt erstmal alles Gute, ganz liebe Grüße, einen erfolgreichen Tag und bis zum nächsten Beitrag.